Jo, und zwar nehme ich nochmal zum Thema ProMontag. Ihr müsst wissen, wir können nur Videos nehmen, die auf Creative Commons laufen, Lizenz, weil sonst dürfen wir die erstens nicht nehmen und zweitens die runterzuladen, wieder hochzuladen, ist sehr blöde. Viele Einsendungen waren jetzt noch der Standard-YouTube-Lizenz. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man ein Video auf Creative Commons umstellt. Warte. So, also man nimmt zum Beispiel hier den, dann macht man hier ein Häkchen bei dem Video, dann geht ihr hier auf Aktion und auf Creative Commons. Oh, das Video dürft ihr nicht sehen, das ist nicht geil. So, und schon habt ihr ein Creative Commons Video. Und dann könnt ihr das als Videoantwort posten und werdet am ProMontag promotet. Tschüss.